Den haben wir gerichtet und seit ein paar Jahren hat man den abgesprüht. Ich durfte ihn dann sauber machen. Und gestern musste ich die Spülmaschine aufräumen. Ja und wenn er mal Klopapier bringt und noch alles machen. Ich musste alles machen gestern und den Tisch hinräumen und alles musste ich dann machen.